Ich bin hier in einem verlassenen Fachwerkhaus. Das ist das Haus am See. Hier hat man leider keinen Empfang. Der Boden ist einsturzgefährdet. Jetzt ist das Bild auch wieder scharf. Hier ist der liebe Michael. Hier ist jetzt nichts mehr Großartiges. Ein kleines Haus, in dem man gebückt laufen muss. Wenn man hier größer ist als 1,60m, dann rennt man hier gegen die Wand. Hier ist noch so ein kleines Räumchen. Schaut mal, ein ganz alter Lichtschalter aus den Jahren, ich habe keine Ahnung. Wo ist denn jetzt schon wieder meine Lampe? Ach da, habe ich die schon wieder in die Tasche geschmissen. So Leute, Augenblick. Ich bin ja ein Naturtalent. Jetzt halte ich mal hier fest. So, Augenblick. Und weiter geht's. Einmal nach unten bitte vorsichtig. Ganz alte Tapete hier an der Wand, Leute. Die ist schön, ne? Ja, die ist echt... Da sind verschiedene Muster. Ja, schöne Muster. Ja, hier unten ist das Parterre. Guckt euch um. Nichts Großartiges, sage ich euch ganz ehrlich. Hier ein Fenster, das ins Nirgendwo führt. Das war bestimmt der Eingang, wo wir gerade draußen waren. Hast du hier schon geguckt? Nee. Geht auch nicht, ist abgeschlossen. Ja, nix. Also Leute, ihr seht es ja, nix jetzt weltbewegendes, ein altes Fachwerkhaus. Hier geht's gleich wieder runter, damit wir wieder rauskommen. Vorher noch einmal hier reingucken. Hier war damals das Badezimmer. Jo, und die Toilette, die ist sogar noch heile, kaum zu glauben. So, es gibt gleich einen weiteren Teil. So, Leute, hier ist jetzt der Keller von dem Fachwerkhaus. Das ist also wirklich tatsächlich nix Besonderes. Wir gehen raus vom Haus am See. So. Leute. So, Licht aus. Spott an. Könnt ihr das Gebäude nochmal von außen sehen. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Man sieht sich in der nächsten Location.